Musik Bei uns in Going trifft man sich an der frischen Luft. Wir haben die unterschiedlichsten Outdoor-Möglichkeiten. Heuer neu ist die Marktplatz-Genusswanderung. Jeden Dienstag besuchen wir zwischen Elmer und Going heimische Produzenten und Produzentinnen. Mein Tipp ist heuer am Fuße vom Wilden Kaiser die Langlaufläufen zu testen. Sei es Skating oder klassisch, ist es für jeden was dabei. Ein Klassiker bei uns in Going, egal ob jung oder alt, ist die Rodelbahn vom Assberg runter. Mit dem Sessel liegt drauf, mit dem Rodel runter und ein Gaudi für jeden. Ein besonderer Tipp für Familien ist die Rodelbahn vom Assberg runter. Ein Tipp für Paare bei uns im Wilden Kaiser sind die Winterwanderwege. Durch tief verschneite Wälder oder auf schön präparierten Winterwanderwegen, da ist für jeden Geschmack was dabei. Für eine gesellige Runde empfehle ich euch unser Skigebiet. Tolle Pisten, urige Hütten, viel Spaß! Für die Bergdoktor-Fans haben wir unseren Kirchplatz hier in Going. Sommer wie Winter auf alle Fälle Ausflug wert. Für die Sportler unter euch mein persönlicher Tipp. Um 8 Uhr mit der Assbergbahn rauf und dann zum Skifahren des ersten Sonnenstrahlen am Südhang genießen. Das Auto kann bei uns stehen gelassen werden, weil in Going das Skibussystem super ausgebaut ist und jetzt sogar noch abends von Mittwoch bis Sonntag der Rodelbus fährt. Das einzigartige bei uns in Going ist der Blick auf den Wilden Kaiser. Ihr habt immer ein traumhaftes Panorama. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020